Was halten Sie als Politiker davon, dass es immer mehr Leute in der Schweiz gibt, die sich Medikamente nicht leisten können? Das ist mein Problem. Ja, das finde ich eben auch. Es hat eine Zeit lang gegeben. Das Problem ist zu Glück behoben. Hepatitis. Richtig. Das ist ja absolut skandalös. Genau. Was hat es jetzt gekostet? 70-80'000 Franken und Sie haben es erst in dem Moment angefangen zu zahlen, ich weiss nicht, ob Sie das Beispiel kennen, Sie haben es erst in dem Moment angefangen zu zahlen, als du im Tod geweiht bist, im Grunde genommen. Genau. Absolut skandalös. Und das geht ja nicht. Und du hast es in Australien für 1'500 Dollar kaufen und die haben es für 1'000 Dollar aus Indien importiert und haben pro Fall 500 Dollar verdient. Also ich kenne das Problem. Dankeschön vielmals. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Danke auch. There thing go воз Techniker. Und da schneiden Sie Mal Sanfte und B